herzlich willkommen zurück zu einem neuen video bei the brickpool ich habe mir mal ein paar fragen gestellt auch mit einem kollegen zusammen an dieser stelle liebe grüße sebastian du bist der geilste und da ging es um das thema was was macht eigentlich uns lego fans oder lego sammler aus was gibt es da für arten was ist der grund warum man das so faszinierend findet da habe ich mal fünf punkte rausgesucht die so ein bisschen in dieses thema eintauchen und vielleicht auch euch die sich für lego interessieren aber noch nicht so wissen in welche richtung es gehen soll die habe ich mal zusammengestellt und die schauen wir uns jetzt am besten mal an und dann würde ich sagen viel spaß beim video denkt dran gerne abonnieren kommentieren und liken und dann legen wir los und die erste zielgruppe sind natürlich logischerweise kinder und jugendliche laut lego ist das eigentlich die haupt zielgruppe aber meiner meinung nach gerade was die aktuell mit den erwachsenen sets machen mit den 18 plus sets mit den ganzen ucs sets auch die winkelgasse für 400 euro die hauptgruppe sind eigentlich im prinzip also die haupt zielgruppe sind eigentlich erwachsene die auch alles lego kaufen also kinder und jugendliche kaufen ja selten selber lego für keine ahnung für ein paar hundert euro wenn ihr natürlich kinder und jugendliche seid dann geht es in erster linie für euch natürlich nicht um sammeln oder um irgendwelche ucs sets sondern es geht darum spaß mit dem set zu haben dass man mehrere sets sich vielleicht zum geburtstag zu weihnachten wünschen kann und die kombiniert man dann halt also man kauft sich das eine set keine ahnung von seinem tastengeld dann hat man geburtstag kauft sich ein set und zu weihnachten kriegt man eins dass man eine große spielwelt hat mit dem man dann auch wirklich ein paar monate oder jahre spielen kann und das dann nicht sofort langweilig ist das gutes beispiel ist die harry potter serie da kann man eigentlich alles jetzt gut miteinander kombinieren oder die mobile bett basis hat ja auch schon video zu drüber gemacht ein set mit den besten spielfunktionen aktuell am markt die es überhaupt gibt und wenn ihr zu dieser zielgruppe gehört ich kann auch gerne mal generell ein video machen welche sets oder themen rein vielleicht für einsteiger oder fans aber die noch nicht so wissen wo sie hin wollen kann ich gerne mal ein video für euch machen was ich da empfehlen kann zum starten auch erstmal natürlich kleine sets um zu gucken ob das überhaupt was für euch ist und da können wir da gerne noch mal drüber reden aber für kinder und jugendliche ist es denke ich mal am besten dass man sets kauft die viel spiel spaß haben und die man sehr gut miteinander kombinieren kann und dann hat das kind auch freude an den sets die nächste zielgruppe ist wenn man einfach ein fan einer lizenz oder eines themas generell ist ich sage mal es gibt ja star wars fans gibt herr der ringe fans es gibt hier mcu fans also marvel cinematic universe man will dann keine lego sets eigentlich so in dem sinne für zum spiel spaß oder zum kombinieren im normalfall sage ich mal wenn man mit lego nicht zu tun hat wenn man mit lego was zu tun hat ist das natürlich noch besser dann hat man beide themen quasi vereint aber zum beispiel dieses batman brick sketch hatte ich auch in einem ich glaube mal im zweiten video habe ich das vorgestellt das ist halt so ein kleines set für 20 euro da haben jetzt den preis auch gesenkt müssen wir mal gucken das kostet glaube ich jetzt noch 16 oder 15 euro aber das ist was auch wenn man nichts mit lego zu tun hat das ist cool man erkennt was es ist wenn man batman oder dc fan ist sage ich mal ist das was was auch also die ucs set dieses batmobil zum beispiel das ziemlich cool ist kostet aber 250 euro der neue batwing kostet 200 euro und sowas kleines kann man sich so als fan hinstellen ich bin zum beispiel auch ein fan von diesen funko pop figuren da habe ich auch ein zwei stück aber ich sammle nicht diese komplette serie sondern halt nur was mir gefällt ich habe dann batman von und deadpool weil ich die cool finde aber ich würde jetzt nicht anfangen mir jedes einzelne zu kaufen zusammen land kommen wir gleich auch noch kann ich schon mal verraten die zählen natürlich auch so die zielgruppen aber hier ist es eher so dass man fan von einer sache ist dass man superheros mag auch diese büßen die es jetzt gibt von iron man oder hier sind schalt geht ja komplett viral im internet gerade von so mandalorian baby yoda ist es natürlich nicht wissen wir alle aber es wird als baby yoda quasi überall bezeichnet und das ist halt so die zielgruppe wenn man nicht so wirklich mit lego irgendwie was zu tun hat wenn man die minifiguren jetzt nicht so unbedingt mag aber wenn man sowas möchte was dann so ein so ein wie so ein deko stück ist da ist das eigentlich genau das richtige dann gibt es noch mockbauer das ist ähnlich wie modellbau das ist einfach man ich finde herr der ring ist so gutes beispiel es gab zwar eine herr der ringe serie aber da haben sie viel zu wenig sachen eigentlich gemacht da kann man so viele schöne sachen machen aus dem ersten teil zum beispiel bre das dorf oder dioram ende vom ersten teil die gefährten als boromir da auf dem amon hen gegen die uruka kämpft und dann mit diesen statuen mit den agon agonauten sind es agonauten heißt es glaube ich und diesen ehemaligen leuchtfeuer platz das sind so coole sachen die kann man super als diorama darstellen oder einfach nachbauen ich kann euch da auch spacebricks empfehlen hier marcel und wolfgang guckt auf jeden fall mal vorbei die haben sich auf star wars konzentriert aber diese box sind einfach weltklasse auch mit beleuchtung und alles guckt auf jeden fall mal rein aber das ist sowas was seit dem modellbau ähnlich ist man baut sich irgendwas nach aus dem film oder auch irgendwelche historischen sachen und hat dann daran spaß das ist dann halt was wo man aber jetzt nicht irgendwie sagt okay ich muss jetzt die und die und die und die und die und die sets kaufen damit ich mir alles zusammenbaue sondern die holen sich viele steine die holen sich natürlich auch minifiguren die dazu passen bei star wars die jedi ritter zum beispiel oder viele klone oder bei herr der ringe dann uruka aber da geht es darum selber aus seiner eigenen fantasie entweder was nachzubauen was man im fernsehen gesehen hat was aber noch nicht gibt wo es auch keine anleitung für gibt oder sich halt selbst was auszudenken da zählt natürlich auch die ideas reihe zum beispiel zu bei ideas ist ja auch so dass das sind ja alles mocks also my own creation dazu habe ich auch ein video gemacht mit lego abkürzung da muss ich glaube ich auch noch mal zweiten teil zu machen weil ucs zum beispiel ganz vergessen ucs ultimate collector series da kommen wir gleich bei den sammlern zu aber ja das sind halt mocks also das ist was da muss man schon bock haben lego zu bauen bock haben aus dem nichts quasi was zu erschaffen also das da muss man halt wirklich lust zu haben und das muss genau was für einen sein würde ich jetzt mal so so stehen lassen so dann haben wir noch sammler und sammler sind halt sagt der name ja schon es gibt hier minifiguren sammelserien es gibt ucs sets also diese ultimate collector series das sind dann spezielle sets da gibt es ein schild das ist ein sammler set oder ein seltenes set theoretisch ist ist meistens aber weder limitiert noch sonst was da gibt es ganz wenige das sind diese sdcc set san diego comic con da habe ich ja auch eins wer meine top dc figuren gesehen hat da ist ja auch einer auf jeden fall auf der liste guckt euch das video auch gerne an und das sind halt so sachen sammler die möchten die sachen aber für sich selber haben wir kommen nämlich gleich noch zum letzten punkt den ich auf die liste gepackt habe dass einige punkte kann man auch gut miteinander verbinden also aber der letzte punkt kann ja schon mal sagen sind reseller aber reseller und sammler zum beispiel ist ein komplettes gegenteil sammler die sammeln lego für sich selber weil die das cool finden weil die irgendwas gerne sich zusammensammeln minifiguren oder set oder themen rein zum beispiel die komplette harry potter serie die wollen jedes hat aus der harry potter serie haben als beispiel jetzt oder herr der ringe und das ist halt da muss man halt gucken da muss man meistens auch viel geld sag ich mal übrig haben in anführungszeichen weil die meisten sachen gehen ja irgendwann vom markt und bei lego ist das so viele sachen die vom markt gehen da kommen wir auch gleich zu den resellern werden da deutlich teurer und ich würde sagen wir gehen einfach mal fließender übergang zu den resellern rüber ich habe hier mal ein set aufgeschrieben die market street das ist ein set das war gar nicht so mega beliebt damals ordentlich so bekannt das hat 90 dollar gekostet aber ich meine in deutschland lag so bei 100 euro also oder beziehungsweise in europa lag so um die 100 euro das ist ein set das war nur ein paar jahre auf dem markt das hat nicht so viele interessiert das ist eins von den ersten modula modula bildings modula bildings ist auch wo wir gerade bei den sammlern waren diese ganzen häuser rein könnt auch gerne mal reingucken einfach mal eingehen bei briggs hat modula bildings aber dieses set hat 100 euro damals gekostet und jetzt 13 jahre später im original zustand also wenn es noch komplett verpackt ist wenn da nichts dran ist wird das für 1800 bis 2000 euro gehandelt das ist natürlich nicht der wert den dieses set wirklich hat also der wirkliche werte kann man wenn man sich das zum beispiel zusammenbauen möchte aus stein da kann man auf bricklink gehen zum beispiel das set eingeben und das bricklink zeigt einem dann an welche teile man für das set braucht und da kommt man wenn man neunteile nimmt zwischen 700 und 800 euro raus vielleicht auch 900 1000 euro also 900 bis 1000 euro aber diese sammlerpreise das ist natürlich das trägt natürlich dazu bei dass die box versiegelt ist dass es davon nichts mehr gibt dass sie extrem selten sind dass sie auf dem markt kaum sind und das ist halt was wo reseller darauf spekulieren reseller kaufen sich im optimalfall sets jetzt zum beispiel am black friday von lego oder beim amazon day also beim prime day die kaufen sich sets mit viel rabatten legen die weg warten bis die sets dann eol gehen also end of life bei lego dass sie nicht mehr produziert produziert werden und warten dann danach noch ein bisschen bis so die letzten sets vom markt sind und dann packen die die auf den markt und verkaufen die über die uvp also beim beispiel jetzt ich hatte dieses komische marvel superhero set vorgestellt dass ich auf jeden fall nicht empfehlen kann dieses junior set das hat eine uvp von 59 euro also sagen wir 60 euro ich habe das für knapp 30 32 irgendwie so in dem dreh habe ich das gekauft also mit 50 prozent rabatt bei lego ist das phänomen alles egal wie es gelaufen ist außer es wirklich eine richtig schlechte serie lone ranger zum beispiel hat ein zwei schlechte sets die kosten jetzt immer noch so viel das ist eine serie die war vor acht jahren mal irgendwie aktuell gibt es aber nicht mehr aber da kosten die sets immer noch so viel weil die sets halt so schlecht sind aber im normalfall gerade bei den superheroes gehen die sets irgendwann wenn sie vom markt gehen über die uvp das heißt dieses set was für 60 euro wirklich wahnsinnig teuer ist wird irgendwann bei 80 90 vielleicht sogar 100 euro liegen in ein paar jahren das hat natürlich den hauptgrund wegen den figuren und weil das set nicht mehr produziert wird so ich könnte jetzt hingehen mir das hat also ich habe es aufgebaut und vorgestellt aber ich hätte es mir zur seite legen können ich habe es für 32 euro gekauft und dann warte ich ein paar jahre da könnte ich dann irgendwann für 100 oder 120 euro verkaufen dann habe ich an den vierfachen preis quasi wieder raus davon leben reseller die kaufen sich sets optimalerweise natürlich sets die es nicht so häufig gibt so wie diese modular buildings dies eigentlich nur bei lego gibt und vielleicht mal bei kaufhof smith stores etc und die die sind teils darauf spezialisiert diese sets sich dann zur seite zu legen und dann für doppelten preis oder noch teurer zu verkaufen das bei dem module modular buildings ist das extrem weil die alle zusammen natürlich gesammelt werden sollen und die kosten meistens so um die 150 bis 170 euro das schwankt so ein bisschen aber wenn die vom markt sind da gehen die preise steil hoch 200 250 300 euro je nachdem wie cool und beliebt ist auch war und das sind halt die reseller das ist immer so eine ich habe das glaube ich schon öfter gesagt reseller ich habe da so effektiv nichts gegen wenn das jemand macht wenn jemand auch geld mitverdient es ist halt so die sache es ist schade für die die fans sind oder die auch sammler sind die dann für ein set was sie halt einfach verpasst haben weil die gerade in dark ages oder sonst wo waren dass die das dann teuer nachkaufen müssen aber das ist ja nicht die schuld von den resellern sondern das ist eher so bei lego dass sie einfach die sets keine ahnung alle zwei drei jahre wieder auf den markt bringen müssten von mir aus auch leicht verändert jedenfalls die highlight sets oder ein bisschen verändert aber ähnliche minifiguren wieder und da würde es dieses problem gar nicht geben aber an sich sind das so die fünf fünf kategorien in die man so uns a vols ein einpendeln kann gut a vol in dem sinne kinder und jugendliche waren die haupt zielgruppe als erstes aber so könnt ihr mal einordnen was vielleicht für euch in frage kommt wenn ihr gerade wieder anfangen wollt wenn ihr wieder heiß seid auf lego was denn ihr euch überhaupt interessiert und was ihr machen wollt könnt mir gerne kommentare schreiben falls ich irgendwas jetzt noch vergessen habe ich habe aber meine ich die wichtigsten punkte jetzt alle aufgelistet ihr könnt mir auch wie gesagt gerne schreiben wenn ihr gerade neu seid wenn ihr wieder lego für euch entdeckt habt welche serien man sammeln könnte was könnte man womit könnte man einsteigen was eure geschmäcker sind und da können wir vielleicht dann mache ich da vielleicht noch mal ein video drüber für die alters zielgruppen was wo am besten geeignet ist lasst mich eure meinung einfach gerne wissen und dann sehen wir uns beim nächsten video bis bald